So, Shop-Geschichten für alle, die da so gerne lachen. Zum Lachen ist es gar nicht mehr. Viele müssen zum Lachen in den Keller gehen. Ist so. Weil wir jetzt ab 1. Mai doch alle unter Corona leiden, aber nicht unter dem Virus selbst, sondern das, was die Herrschaften da auf den Weg gebracht haben. Die CSU wirbt mit einem Yoda, natürlich nicht mit ihm, natürlich mit dem neuen Yoda. Und Herr Söder findet das sehr lustig. Und da er natürlich angesprochen wurde, was da soll, hat er das natürlich süffisant wieder abgeblockt. So, dieser Videoclip ist für alle die, die wirklich tatsächlich Ärger haben, aber nicht mit Corona, sondern wegen Corona. So, der 1. Mai 2021 ist ja jetzt die Bankenauflösung. Keiner hat mehr Rechte bei einer Bank. Er muss sich jetzt erniedrigen lassen. Er muss zum Schalter. Wird dann am Schalter niedrig gehalten. Und man möchte am liebsten, dass diese Person dann, wie gesagt, geht. So, ich hatte gerade einen Kunde, der durfte sein Geld nicht einzahlen. Man hat das Geld verweigert. Ich kläre euch aber im nächsten Video auf, weil jetzt habe ich Kundschaft und den verweigere ich halt nicht. Hallo, Morgen. Was darfst du sein? Copy? Copy? Nein, ich brauche Fotos. Passbilder, yeah, machen wir. Also, ich brauche Fotos.